hallo leute wie geht es euch hier ist turgenerd und heute habe ich eine nochmal eine mystery box für euch von woodbox dieses mal ich glaube das ist bestimmt die märz woodbox und bin sehr gespannt was für thema das ist diesmal mal sehen dass woodboxen waren für mich bis jetzt die besten boxen deswegen habe ich auch damals zwar die erste die ich abonniert habe und weil die abend das was man zahlt schon eine gute wert und die sachen sind normalerweise richtig cool also mal sehen fangen wir mal an ich versuche so schnell wie es geht weil ich weiß lange videos sind nicht erwünscht mal ich weiß nicht ob diese die anderen zwei waren richtig cooler boxen ich weiß nicht selbst ob ihr direkt bei dieser box kommt deswegen mit vorsicht aufmachen wie ja auch nicht gleich sehen was es ist die sache schon direkt also leider keine von dieser zettel märz 2020 invaders ist das thema invaders das kann aber viele sein invasoren das ist auf deutsch immer so noch mal ein zettel das ist das das wird eine art der zeit für dich darksberg überlebe gegen die so wie harten irgendeine spiel beim steam hat sieht tut mir leid aber da ist ein kleines und was ist das ein buster für dragon ball the card game aha das ist bestimmt so eine ccg so wie magic the gathering aber halt mit dragon ball booster pack kenn ich das spiel nicht ist schon coole sache aber weiß mal ob ich das aufmachen soll vielleicht weil ich spiele ja das nicht und ich kaufe mir keine ccg außer magic the gathering und das vielleicht einmal im jahr wenn es überhaupt vielleicht sammelt das eine von euch und will es wenn dann bitte schreibe mir weil damit kann ich nicht anfangen vielleicht soll ich aufmachen für euch also ich sehe jetzt schon ein thema ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt da ist viel licht jetzt auf einmal dragon ball schlüsselanhänger das ist son goku glaub ich ja ne könnt ihr das sehen ja cooles son goku schlüsselanhänger witzig also ich mag dragon ball ich habe damals in meiner kinderheit kinderheit was das kinderheit da war ich schon teenager wir haben jeden samstag geschaut wir haben sogar getroffen ich und meine kumpels nur um das zu schauen da kann aber damals glaub ich gleich zwei oder drei episoden auf einmal richtig cool aber das zum beispiel den kenne ich nicht wir haben nur bis dragon ball gt geschaut und seit dann habe ich dann nichts mehr also thema kann es sein dass es alles sagen wollen irgendwas reiches die thema was das also ich hier nochmal in wälder Was soll das sein? Merchandler Nein, echt jetzt Also, für Leute die Ich will jetzt das nicht kaputt machen Ihr seht ja, also wenn ich mal kochen kann Ich habe schon irgendwas für wenn ich koche Meine Frau würde sagen, ich koche zu selten Aber gut, mindestens ein nerdiger Koch Ich glaube wir haben sogar noch keinen davon Aber, ist schon witzig Ja, es ist auf deutsch, ihr könnt mir sagen Weil ich habe keine Ahnung wie das heißt Äh Invasoren, ok Also, nochmal weiches T-Shirt Oh Wie macht das auf? Warte kurz Wunderlich Und Also, richtig cool Ihr wisst ja, was das ist, oder? Das ist von Resident Evil Flesh-eating Zombies Flesh-eating Zombies Love yourself What? Was hat das damit zu tun? Mit Love yourself Aber es ist schon richtig cool Also, mir gefällt es Also, mir gefällt es Aber es ist schon groß für den L Aber Also, die erste weise T-Shirt Bei solchen Mystery Boxen Die mir richtig gefällt Also, die schafft man mal gut Resident Evil Also, ich habe die alten Teile gespielt Jetzt Bin ich nicht so der Fan von Orwa Ähm Spiele, Filme Ich liebe Orwa Filme Aber die Spiele Hm Irgendwie keine Zeit dafür Das spiele ich lieber was anderes Aber die T-Shirt ist richtig cool Wärts ein Tiger Und was fällt noch Erstmal was großes Und das war's Invasoren Was kommt Seht ihr was es ist? Ein Fick Also Das ist Werner Kann man leider nicht so gut sehen Ich mach das auf Die Figuren kenn ich nicht Q Fick Das ist jetzt keine Funko Pop Oder sowas Aber Ja Invasoren Gwennom ist ja ein Alien Deswegen Passt schon Und Wie ihr von meinen anderen Videos sehen könnt Ich mag Gwennom sehr Oh Oh Also Die Figur sieht richtig cool aus Oho Schau Da ist die Sonne Da ist die Sonne Da ist die Sonne Ja Jetzt müsste die Sonne kommen Das ist die Sonne Geil Geil Die Figuren kannte ich nicht Wenn ich Wenn ich Wenn ich Wenn ich Q Fick Was macht man jetzt da nicht Wieso ist es nicht so rund Nur dass er was steht Als Buch Halter Glaubt würde das gar nicht so gut funktionieren Aber cool Verweckt sich Verweckt sich Nein Also Aber das ist auch viel mild So wie die Funko Pops Glaube ich Nur Alt Realistischer Was heißt realistisch Eher so wie die Comics Und das ist so wie eine Szene Statt die Figuren Also Nicht schlecht So wie gesagt Für das Was Was die Boxen kosten Also T-Shirts Ich zeige euch nochmal alles Dann sieht man Ob das sich belohnt hat oder nicht Also Hier ist die Box Also die ist doch coole Box Nur man muss das Ähm Gern Das sieht aus dann wie eine Wie ein Koffer Mit die Views Und Sachen Flaschen Und was weiß ich Aber cool Foodbox Corporation sieht das dann aus Also Die schicken dann die Boxen Mit der Themen Nur So dass es nicht kaputt geht Also andersrum Finde ich cool Also Das gefällt mir sehr Mag ich Ich kenne die Filur nicht Ich weiß aber noch nicht Ob ich sie behalten werde Weil Wie ihr wisst jetzt Vieles Von Venom Und die Ich will jetzt nicht Irgend noch mal Ähm Noch was Sammeln Ähm Dann wird mit Dragon Ball Schlüssel anhängen Tja Weiss nicht Vielleicht wenn wir in der Kino oder so Aber die kennen ja Dragon Ball nicht Das brauche ich nicht Die Karten Die Karten Vielleicht sammelt Jeder von euch Jemand von euch Oder spielt ihr dieses Spiel Das 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 Wie heißt das Vielleicht steht hier Wie das auf Deutsch heißt Küchen Küchenschütze Finde ich cool Mal sehen So oft werde ich es nicht benutzen Und das was ich mich am meisten gefreut habe Und die sieht richtig cool aus Sogar mit dem Das ist richtig offiziell von Resident Evil Die T-Shirt Die T-Shirt Also die sieht richtig cool aus Einer von den besten T-Shirts die ich bis jetzt bekommen habe Also und was war es dieses Mal Also Kifu Venom Kostet anscheinend 19 Euro T-Shirt 20 Euro Küchenschütze 13 Euro Booster Dragon Ball Super 2 Wie mal 2 Ich habe nur eine bekommen Wo ist das Zeit 8 Euro Oder eine kostet 8 Euro Irgendwas Und dann der exklusive PING Woodbox Aber Ich habe nicht bekommen Die PING Das die da sagen Ne Das war dann halt Was anderes Das steht ja gar nicht da Auf die Liste Auf die Liste Hier sehen gehen Tja Aber die Die Mega Woodbox Wär richtig cool Weil Das ist immer so eine Woodbox Die man gewinnen kann Mit 2000 Euro Wert Also Ein Lego Imperial Stern Stern Zerstörer Alleine das Schon Ein Switch Ein Switch Pokemon Dings Schwert Zerstörer Von Lego Und das alles Ich glaube Das ist so Doom Special Collectors Edition Mit Helm Und alles Wer das alles gewonnen hat Wer das alles gewonnen hat Nicht schlecht Leider Habe ich Dieses Glück Nicht Aber Cool Also Wie gesagt Diese sind für mich die besten Boxen Die Woodbox Und Diesmal Lass ich mich Okay Ist jetzt nicht vieles für mich dabei Aber Bestimmt Wollen sich viele Die Sachen freuen Ich freue mich Trotzdem Auf Die Boxen Und Ich bin schon auf die nächste gespannt Also hoffe Es hat euch Spass gemacht Bis nächstes Mal Nicht vergessen Liken Und abonnieren Und Wir sehen uns Oder Oder nicht Also Ciao Bis zum nächsten Mal